Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen Glitch vorstellen der zwar schon ein bisschen älter ist und jeder hat den schon glaube ich hochgeladen. Aber weil ich so eine Serie habe bei mir auf dem Channel, dass ich alle Glitches immer hochlade, die es wirklich auf jeder Map gibt. Will ich auch den noch hochladen, weil ich habe den noch nicht hochgeladen und weil er noch geht, habe ich mir gedacht ich lade den nochmal schnell hoch. Was ihr machen müsst ist, ihr müsst an diese Mauer kommen und euch selber töten. Euer Kumpel muss jetzt da vorne stehen und da einfach von da her wiederbeleben. Natürlich müsst ihr noch was beachten, wenn ihr wiederbelebt wird, müsst ihr den Joystick nach hinten machen. Also das heisst ihr müsst gegen die Mauer laufen. Wenn ihr gegen die Mauer lauft und ihr wiederbelebt wird, könnt ihr sehen, dass ihr da oben auf der Mauer drauf seid. Natürlich geht es von hier aus noch ein bisschen weiter. Es geht natürlich unten auf den Stein oder hier hinten auf diesen Godmode Spot. Hier hinten habt ihr jetzt Godmode und ihr könnt wirklich so lange machen wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch zuerst das Schwert von Barbarossa holen und die ganze Zeit Tag campen und Zombies killen. Und ein bisschen leveln oder Zombiekisten freischalten. Oder ihr geht hier hinten, könnt ihr ja da unten in diesen Stein reingehen. Und da unten habt ihr auch Godmode, aber ich finde den Platz da unten nicht so gut, weil man zuerst ohne Sterben nicht mehr rauskommt. Und ich zeige es euch gleich im Video, dass man mit Sterben und gleich wieder wiederbeleben da drin wieder rauskommt. Was ihr dafür machen müsst, ihr möchtet euch natürlich selber killen und euer Kumpel muss euch jetzt wiederbeleben. Wie das geht, er kann nicht vor euch stehen und euch wiederbeleben. Er muss nach rechts gehen und da zu dieser Schranke gehen. Wenn er da ist, kann er euch wiederbeleben. Und wenn ihr wiederbelebt wird, seid ihr wieder aus dem Glitch raus und ihr könnt euch wieder frei bewegen. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kurze Bewertung da, ein Abo würde mich freuen und bye bye.